servus liebe world of warcraft freunde heute sind wir unterwegs in geheimer mission mehr oder weniger oder in finsterer mission in den tiefen des meeres von waschir widmen wir uns heute mal einem mikro feiertag mal wieder und zwar dem lichte leuchten das ganze fand am 13 juli statt dieses video seht und ja ihr seht hier auf der karte wird euch das ganze angezeigt in form von einem sternchen hier geht der ganze krams los ihr müsst nach waschir in das gebiet die abyssischen tiefen hier zu diesem steinchen da wird wie gesagt mit dem stern angezeigt ist bei den koordinaten 45 37 ich habe das ganze noch nie gemacht ich hasse waschir aber ich würde sagen wir gucken uns das ganze mal an was wir jetzt hier so tun können also wir können uns einen taucherhelm kaufen qualengelee und ein untersee antriebsmotor für luminisierende forschungsnotizen ok scheinbar wollen die beiden dass wir einen helm aufsetzen so das tun wir jetzt freiwillige teile an diesem experiment werden wir selbstverständlich mit verschiedenen boni begüten vergüten okay man muss also bei denen bei den beiden muss man ein bisschen auf den dialog können es gibt wohl drei kreaturen die wir entdecken müssen sollen whatsoever und jetzt ist dusch doch ohne die lampe zack jetzt ist hell interessant also den helm haben wir auch da stand der wahlheit wird von licht angelockt das wollen wir nicht dass du holi schütten die weg damit also das wollen wir nicht dass der uns weg frisst gut dann schauen wir mal hier haben wir doch schon das erste ach so das sind der andere spieler hat zwei da entdeckt die leuchten ich würde sagen wir gucken jetzt einfach mal was hier so abgeht stirnlampe an und jetzt müssen wir gucken denke ich ob wir hier leuchtende kreaturen finden ich finde das hätten sie auch irgendwie nicht bisschen mit einer quest versehen können vielleicht müssen wir hier in die höhle müssen wir in die höhle i have no idea ich kenne mich in diesem gebiet halt auch generell mal so überhaupt nicht aus weil ich hier wirklich nie drin gequestet habe ähm ähm da 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 ok schieben wir mal zurück jetzt muss ich mal schauen beziehungsweise mal überlegen wo würde ich diese viecher am besten finden ich hätte ja am ersten gesagt in diesem abgrund da hinten leuchtet da was i have no idea da ist wieder der dicke walhai bei dem müssen wir aufpassen hier leuchtet auch was oder entdeckt die albtraumtiefen what the fuck das ist irgendwie da muss ich die lampe ausmachen ne auch da passiert nichts mysteriös ok ich hab den richtigen punkt schon mal gefunden ihr müsst quasi hier diesen streifen hoch und runter schwimmen weiter oben findet ihr diese luminisierenden quallen also da ist es sogar tatsächlich hilfreich das licht mal auszumachen ähm und dann müsst ihr die viechers anklicken dann folgen sie euch oben in der buffleiste zehn minuten lang äh es gibt wohl insgesamt vier verschiedene luminisierende tiere zu holen ein aal eine qualle einen barsch und eine luminisierende chroni muschel ähm mir fehlen jetzt noch der barsch und die muschel ich würde jetzt mal vermuten dass diese muschel irgendwo am boden liegt hätte ich jetzt gesagt i don't know schauen wir mal dass die auch in diesem gebiet hier ein bisschen die orientierung verloren machen wir nochmal lampe an schauen wo wir jetzt hier sind da ist ein barsch hier sind barschs barsche aber die scheinen nicht zu luminisieren jetzt auch nicht mal gucken irgendwo hier muss ja noch was sein hätte ich jetzt mal gesagt da ist was mit grünem nameplate was haben wir hier hamphrey grabungslied lol was ist das denn ha keine ahnung was der du da jetzt macht irgendwie finde keine muschel und keinen barsch da müssen wir uns gleich nochmal auf die suche machen jedenfalls wenn ihr was von den tierchen gefunden habt dann müsst ihr zurück zu dem u-boot und hier in diesen lichtschein gehen dann machen wir die stirnlampe wieder an und dann kriegt ihr diesen buff hier absuchen biobasierter kombinierungsstrahlscan läuft und während ihr hier jetzt da drin steht mit euren viechers bekommt ihr diese luminisierenden forschungsnotizen ihr seht es sind jetzt alle zehn sekunden eine pro tier ihr könnt maximal vier stück haben also von jeder der vier tierchen eins und dementsprechend würde das dann bedeuten dass ihr pro minute mit vier tieren wenn ich mich recht entsinne 24 dieser notizen pro minute kriegen könnt die buffs halten maximal zehn minuten an heißt das wären dann 240 notizen in zehn minuten wobei man ist höchst höchstwahrscheinlich nicht ganz so schnell wieder hier also dementsprechend für das was die belohnung kosten hm also auf jeden fall ist es mal ein feiertag wo man im spiel auch tatsächlich was machen kann und sich dafür auch was kaufen kann bei vielen anderen sachen ist das eher nicht so allerdings hm das ist vielleicht ganz nett und das benötigt halt lichte leuchten das scheint die sachen kann man halt nur während dieses events nutzen und weiß nicht schwimmgeschwindigkeit wer drauf steht und viel schwimmt angelt oder sonst was für den wäre das vielleicht nützlich aber halt nicht wenn das nur während des events zur verfügung steht und benutzbar ist also meine freundin das ganze bleibt dann doch ein ziemlich großes rätsel wenn ich ehrlich sein darf ähm ich bin diese kluft jetzt hier zigmal abgeschwommen ich habe eigentlich das ganze gebiet abgesucht irgendwann geht dir dann auch deine lampe kaputt und die tierchen die du schon dabei hast verschwinden dann auch noch und so weiter und so fort ähm die qualle und den dingsbums findet man ziemlich einfach laut früheren notizen gab es auch noch einen barsch und eine muschel die man hier mit suchen konnte aber also egal wo ich rum geschwommen bin no chance ja ich weiß nicht ob ich einfach nur super blind war oder ob es diese beiden jetzt mittlerweile gar nicht mehr im spiel gibt ich weiß es nicht es ist auf jeden fall etwas äh frustrierend also da muss ich tatsächlich sagen wäre ein bisschen erklärung von blizzard auch nicht so schlecht gewesen plus was noch dazu kommt ist äh die tatsache dass hier regelmäßig dieser walhai vorbeischwimmt ja und wenn ihr da nicht aufpasst und ihr habt euer lämpchen an und seid hier mitten im weg werdet ihr auch noch von dem weggefressen also das erhöht den spaßfaktor des events nochmal äh um einiges dementsprechend lichte leuchten zum ersten mal ausprobiert würde ich es empfehlen nein also was ich sagen muss die welt hier unten es sieht ganz cool aus wenn man sich dieses gebiet anschaut und die lampe aus ist und alles in dunkelheit gehüllt ist und so weiter und so fort das hat definitiv was und ich weiß nicht hätte man hier eine questline reingebaut wäre da echt viel viel potenzial ich finde dieses thema unten am meer und so weiter und so fort sehr sehr spannend jetzt nicht unbedingt für wow eher allgemein sowas wie subnautica war ja auch ein super beliebtes spiel ähm wie gesagt ich glaube hätte man das hier ein bisschen besser umgesetzt alles mit einer kleinen quest mit einer belohnung vielleicht und wenn es ein pet ist oder so aber dann hätte man da auch spaß dran gehabt und dann wenn man die tiere wenigstens auch finden würde und am ende macht man all das damit du dann äh weiß nicht dir quallengelee auf die arme schmieren kannst I don't know wie gesagt setting cool umsetzung nicht so also könnt ihr euch eigentlich sparen ihr könnt hier weiß nicht außer ihr wolltet schon immer mal was hier erkunden weiter äh aber ansonsten gewinnt ihr hier nichts oder ihr verliert nichts wenn ihr das ganze nicht macht damit danke fürs zusehen ich hoffe das video hat euch ein bisschen spaß gemacht könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr haltet äh so grundsätzlich von dem setting hier hätte man das vielleicht noch ein bisschen cooler gestalten können alles schreibt es in die kommentare damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.